Der machte das noch. So, lasst uns viel in Ruhe! Beim Absteigen gehen ja vorne zwei Stunden. Und dann... Da dachte ich mir aber... Da hab ich gesagt, nie wieder. Setz ich mir auf so viel. Da waren sie, glaube ich, noch... Die ist 85 schon geworden. Da hinten war die... Die ist alleine mit so viel. Da hinten... Da war so junger Kameldreiber. Der ist dann immer mal mit drauf gesprungen. Die sind ja da... Oh! Der Alte ist bald wahnsinnig immer mein Mann. Lassen wir das Weg in den Ruhepark gehen! Dass die Ruhepark fliegt... Ne! Da war der Hennekameldreiber. Der hat mir dann... Weil ich dann so rumgebrüllt habe... Das immer so... Durch so eine Plantage... Mit Limetten... Durch... Und da hat er mir dann... Etlich gepflückt... Da war vorne wie so eine Tasche an den Höhrenzettel... Da hat er sogar reingepackt. Und dann durch ein ausgetrocknetes Fußbett... Und dann... Hör ich euch doch... Riechen von den Vieh rum... Und weil man immer... Ne! Auf dem Pferd machst du ja auch nicht so ein Theater! So! Das ist euer Pferd! Und das ist ein Kamel! So Mädels! Ich habe euch mal ein bisschen aufgenommen... Auf Video!